We are the crowd, we are coming out, got my flesh on, it's true, need that picture of you, it's so magical, we've been so fantastical. Hallo, herzlich willkommen, Schiebischieb, yeah, ich hab für dich gesungen, jawohl, wunderbar. Ja, und ich habe Testicle gesagt, fantastical, Testicle, verstehe, verstehe, Testicle, Testicle, okay, danke. Wunderbar, nee, verstehe nicht, Pikipik, ja, ihr kommt bald hier raus, versprochen. Ja. Aber ich will nicht, dass ihr schnell habt, ihr kommt hier oben hin, hier, ich mache hier so eine kleine, ne, Pikipik-Zucht, und dann haut ihr sowieso wieder ab, ihr lasst mich schon alle, alle, alle verlasst ihr mich. Okay, jetzt habe ich mal hier die Wände, die restlichen aufgebaut, was wir letztens aber nicht gemacht haben. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass sie sich hier so verbinden, das finde ich ehrlich gesagt schön. Ähm, jetzt müssen wir gucken, dass wir, genau, uns entscheiden. Also, mit wir meine ich, ist ja kein anderer da. Genau, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir das... Das wären die hier, ne, genau. Ist das hier genauso? Das ist natürlich jetzt kacke, wollte ich jetzt nicht so. Ich glaube, wir nehmen die großen, die hier, das sieht besser aus. Das andere sieht mir zu wuchtig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen wir mal ein paar davon. Und die anderen vier, die werden wir jetzt auch mal ummünzen in Dingensbummens, ne. So, hier, die werden wir jetzt auch mal umdoktern in... I'm your biggest fan of fun, I'll do you, I'll do you. Ja. Ich werde gleich wieder vollkommen normal. Welche haben wir denn hier? Ach, die. Okay, das waren die. Genau, so. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Sind das die Blöcke oder sind das die... Jetzt weiß ich nicht. Warte, ist denn jetzt der Block? Wenn ich das jetzt wüsste... Ja, wenn ich das jetzt wüsste... Da oben... Oh, ist der blöd. Der sieht nicht mal, wie ein Block aussieht. Mein Gott, der Typ sollte aufhören und zwar sofort. Ehrlich, ey. Das ist ja beinlich hoch zwölf. Peinlich hoch zwölf, ist das peinlich. Ne, ist das peinlich. So. Jetzt machen wir das da und da und da und da. Und dann so. Pass mal auf jetzt hier. So, das wäre dann sozusagen unser Schlafgemach, richtig? Genau, dann haben wir hier die dicken Wände. Einmal so zum Abtrennen. Dann machen wir noch eine Reihe drauf eventuell. Oder müssen wir gar nicht, weil das ja ein Raumteiler sein soll. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Lesingang. Okay? Dann machen wir das so. Dann würde ich doch noch einen höher machen. Äh, jetzt brauchen wir mehr davon. Hallo, Schizzle, ihr Mann, Wolf. Schizzle. Schizzle. Frizzle. Product Hizzle. Ben Frizzle. With Schizzle. Ist das schon? Nein, ist noch nicht. Jetzt müssen wir dann natürlich auch hier die Dings höher machen. Und, hä? Hä? Mann, was habe ich denn da wieder gemacht? Wieso sehen die denn so anders aus? Hä? Was ist das denn für ein Kack? Ähm. Ja. Das war jetzt so nicht geplant. Das sind auch andere, du blöd Mann. Aber ist okay. Richtig erst mal auf. Der auch, ne? Ja, der auch. Ja, ja. Ack. Wo ist die Ack? Ich brauche die Ack. Ohne Ack kann ich das nicht vernünftig abbauen. Also nehmen wir die Ack und bauen das ab. Jo. Machen wir das hier oben dran. Voll. Mann. Jo. Dann können wir hier nämlich durch. Und dann können wir hier im Schafschimmer. Aber ich glaube, ich mache das auch mit den Trennwänden. Ich glaube, das ist besser, oder? Obwohl mir das eigentlich ein bisschen gefällt. Aber irgendwie... Ich bin mir nicht sehr schön. Oder wir machen das so. Die Ack. Nimm die Ack. Ich glaube, dass wir das nur hier machen. Pass mal auf. Ich weiß nicht, ob das aussieht. Dass das sozusagen... Müssen wir mal einen höher machen. Geht nicht anders. Sonst wirkt das nicht. Genau. So. Und dann machen wir das hier und hier. Und... Wupsi. Hier. Und dann sieht das so ein bisschen so aus, als ob das die Pfeiler wären, die sozusagen die Wand halten. So ein bisschen. Okay. Jetzt könnten wir hier... Na, Fenster rein, das ist auch blöd. Da kann ich immer beim Schlafen beobachten. Das ist ja auch dumm. Wobei, können wir nochmal gucken, ob wir das dann aufmachen. Und dann käme man hier ruf. Jetzt müssen wir erstmal da runter. Geh doch mal die Treppen runter, Hirsch. So. Warum mache ich das jetzt auf? Weiß kein Mensch. So. Jetzt gehen wir nach oben. Und dann sehen wir... Obwohl, das sieht blöd aus, ne? Wie sieht denn das von der anderen Seite? Ach, jetzt komme ich ja nicht mehr rauf. Hallo. Von der anderen Seite aus. So. Ja, das hier ist blöd, oder? Das müssen wir zumachen. Das sieht ja eh keiner mehr. Weil das jetzt Quatsch ist. Also jetzt hier noch die... So. Dann machen wir das so. Und dann... So. Und dann machen wir da rein ein Lämpchen. Also nicht ein Lamm. Also ein Lämpchen, sondern ein Lämpchen. Lämpchen. Mit P wie... Baula. Genau. Ich habe noch ein Wortspiel gemacht, Leute. Da ist da wohl der Hammer. Nebenbei noch ein Wortspiel. Also mir... Missfällt das Schild hier. So. Also das ist erstmal gar nicht so schlecht, oder? Ja. Das ist natürlich ein Halber. Oder wir machen das... Aber das ist blöd, weil dann kriegen wir das hier nicht zu. Aber das... Wir machen mal eben die... Ich habe nur noch zwei, ne? Das ist blöd. Ja, okay. Dann gehen wir nochmal runter. Oh, ich weiß, es ist so weit hinten. Es ist Samstag und es ist gemütlich. Genau. Ich werde mir gleich mal... Ach so, da. Ich habe es doch... Hallo. I'm your biggest fan. I follow you until you love me. Bappen. Bappen. Razzi. Bappen. 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 I am... An... Idiot. Jetzt könnten wir hier ein Fenster reinmachen, oder? Also nicht unbedingt ein Fenster. So ein Durchgang. Ne, das ist blöd. Machen wir das mal. Das kriege ich das hier nicht zu. Das ist das Problem. Dann können wir das da so nicht machen. Dann müssten wir hier nochmal einen Block reinsetzen, oder? Ja. So, dann wäre das jetzt die Wand. Das sieht besser aus, ne? Genau. Ja. Also, dann können wir hier eventuell einen Tisch hinstellen mit irgendwas. Also hier machen wir irgendwas mit Deko. Machen wir mal. Genau. Irgendwas mit Deko. Wow. Wow. Schreiben ist nicht so... Naja, heißt ja auch Let's Play, nicht Let's Schreib, ne? Ja. Äh, wenn's ein Let's Schreib wäre, dann würde ich ja gar nicht mitmachen. Ich kann ja gar nicht schreiben. Geschweige denn lösen. So. Jetzt müssten wir hier eigentlich... Ah, das ist jetzt blöd mit den Fenstern, ne? Und das ist blöd, genau. Obwohl, wir können das hier machen. Genau. Dann muss das Bett da weg. Wo packe ich jetzt das Bett hin? Mann, das nervt mich jetzt gerade alles. Ich hasse es, wenn ich eine Idee habe, die nicht funktioniert. Das hatten wir schon mal mit dem Dach. Genau. So. Dann machen wir das mal hier dran. Oder? Hier schlafen. Hier. Und dann gucken wir hier raus. Auf den Balken. Das ist doch schön. Ich wollte eigentlich hier raus gucken auf den Balken, aber jetzt gucken wir mal hier raus auf den Balken. Okay, jetzt machen wir das mal so. Jetzt sind wir wieder gesichert. Ja. Leather and Jeans. Pappenrazi. Ich weiß nicht, warum. Ich habe den Song im Kopf und ich habe gar keine Musik gehört. Aber es passieren einfach merkwürdige Dinge im Hirn. Ja. So, das nehmen wir mal weg. Das nehmen wir mal weg. So, da könnten wir hier noch was hinbauen. Wobei das dann störend wäre, glaube ich, weil das dann hier im Weg stünde. Obwohl, da müssen wir nochmal gucken. Ja. So. Wieso habe ich denn das Bett wieder abgebaut? Mann! Ein Idiot. So. Und dann könnten wir nämlich hier. Ähm. Eins, zwei, drei. Wie heißen denn nochmal die Teile? Stand oder was? Äh. Müssen wir mal eben gucken. Ja. Äh. Ne. Amor. Ja, Amor Stand. Genau. 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 Da müssen wir die aus Stohnschläden. akan nhân. Okay. Ja. Jawoll. Gaffee. 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 Wollte ich nochmal erklären. Ist schwer zu glauben, ich weiß. So, jetzt gucken wir mal. Ja, Jocobo, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Zeit für dich, weil ich muss hier gerade wichtige Sachen machen. Und zwar so wichtige Sachen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie wichtig die sind. Ja, so. Und dann so, ne? Ja, das ist doch das, was wir wollen. So, dann müssten wir... Müssen wir nochmal gucken. Machen wir das mit Traps oder mit Dings? Dass wir da oben wie so eine Art Schrank hinbauen. Das sieht irgendwie kacke aus. Aber richtig kacke. So, dann könnten wir nämlich hier... Eins, zwei... Ja, bau dich ruhig falschrum auf. Das war Sinn und Zweck der Aufgabe. Das hast du nur nicht verstanden, weil du blöd bist. XP-Boost. Durability ein. Okay. Achso, ich werde noch nicht angeln. Ich habe doch noch den Dings. Ist der das doch noch gar nicht kaputt? Nutzen wir den doch erst. So. Ich glaube, wir müssen das noch ein rüberziehen. Jep. Sonst ist das vom Platz her passt das nicht. Sekunde. Dann ist unsere Deko-Ecke hier leider weg. Erstmal. Ja. So. Und so. Richtig. Jawohl. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ja. Das ist Quatsch. und dann wo sind denn jetzt die Ständer ey der hat voll Ständer gesagt die Sau jawohl sexist voll der sexist so und da bauen wir jetzt einen Schrank drum war jetzt die Idee es ist natürlich blöd dass wir das nur mit diesen machen wir mal mit Carpenter dann können wir nämlich die Sachen drauf klatschen so was haben wir denn bei Carpenter wir haben die Carpenter Prisms oder die Carpenter Pressure Plates und wir haben die noch Carpenter Hedge das wären glaube ich die richtigen die ich brauche richtig 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 voll richtig Carpenter Tille wie macht man denn bitte eine Carpenter Tille und was soll das sein Harden Clay und Dings haben wir zufällig Harden Clay und wenn nicht wie können wir den machen jetzt ist natürlich das blöde das wahrscheinlich jetzt habe ich wieder eine Idee die sowieso nicht funktioniert aber wir haben auch kein Harden Clay ne hier ist Holz hier ist hier irgendwie Clay ne das ist nur Sand ne ja wir haben kein Harden Clay schade aber die könnten wir ja Harden machen oder wie machen wir denn Harden Clay Sekunde ach so einfach Clay in den Ofen ach so ja das ist ja easy voll easy und dann brauchen wir drei und dann kriegen wir zwölf mal gucken was das ist habe ich schon hundert mal gesehen noch nie mit gearbeitet dann wollen wir doch jetzt mal einfach hier wir das ist hier bahnbrechend was ich hier mache bahnbrechend ja das ist wow erstmal bahnbrechend in der Tür stecken bleiben den Clay zerstören seht ihr was ich meine bahnbrechend bahnbrechend ja so nachdem wir jetzt den Clay kaputt gemacht haben hatte ich hier nicht noch irgendwas in den Ofen gepackt dich blöd Mann Glas aber das brauche ich auch gar nicht meine Ahnung ja brechen wir jetzt mal die Bahn oh ist das schön hier werden wir später genau Technikhalle machen das heißt die Sachen kommen später aber da werden wir wirklich runter bauen die wird riesig hoffe ich mal ach so Harden Clay Harden Clay Harden Clay Harden Clay we all live in Harden Clay whatever was auch immer Harden Clay Harden Clay Harden Clay Harden Clay give me three gib mir drei gib mir five gib mir sieben so was brauchen wir jetzt noch drei Carpenter Blöcke die haben wir zufällig dabei nein zwei das ist gut jetzt bin ich echt mal gespannt ich habe damit noch nie gearbeitet ich bin hier falsch ich bin hier so was von falsch das gebe ich gar nicht never bin ich hier falsch haben wir hier noch so ein Carpenter Otto ja danke jetzt gucken wir noch was die Tillis das sind ja so Platten genau was die Tillis von Carpenter sind so vielleicht können wir die ja noch verwenden danke so ansonsten müssen wir die machen und dafür brauchen wir da haben wir mal draußen noch ein bisschen was glaube ich ne oder haben wir ach Mensch schieb ich schieb ja dann falle da runter du blöd Mann echt ey nicht zu glauben ich glaube ich habe Lust ewig darauf zu vielleicht wollen die auch einfach nur raus ach ich will euch aber hier haben was wollte ich denn jetzt machen ach so ich glaube das sieht nicht aus einer nur oh das ist aber teuer wir müssen erst mal gucken was das ist das weiß ich nämlich noch nicht ach das für ein Boden und dann kann ich da was drauf packen nicht Schokobo Federn Stone One ne kann mir irgendeiner verraten wofür die gut sind da kann ich gar nichts drauf packen okay haben wir mal Unsinn gemacht aber ist okay dafür hatten wir Harden Clay Harden Clay Harden Clay Harden Clay hä hä kriegt das nicht mehr ab nee ne ne das ist ein Scherz nein wer ist das denn keine Ahnung so ähm wie mache ich das denn jetzt kriege ich das denn da oben dran nein natürlich nicht hier okay was hab ich nicht einen Carpenter Hammer da den muss ich doch abkriegen jetzt hab bloß ich hab mir was auf den Boden gewemst von Carpenter weil ich nie wieder abkriege das kann doch nicht sein aha oh das kann ich doch gar nicht ernst die hab ich nie gemacht diese Tilles Tile Tile Tiles Tiles ein Carromuster aber die kriegt man doch bestimmt weg oder äh hat irgendeine Idee wie man die hier wegkriegt Sind die jetzt da oben oder sind die jetzt futsch? Okay, also ich muss das untere abbauen. Oh, die sind wieder zurück. Okay. Wo habe ich jetzt das Holz? Da. Jetzt, weil ich mir jetzt überlegt habe, klappt ja ja nicht. Also da zumindest nicht. Müsste ich da oben machen, ne? Ach, das geht am ganzen Block. Ja klar. Das geht ja gar nicht. Ich hatte vor, jetzt wie so eine Art Schrank zu bauen, wo die reinkommen. Kann ich dann daraus wieder, also Blöcke mache ich dann so, ne? Ja genau. Kann ich die eigentlich wieder zurück machen? Ne, Blöcke bleiben Blöcke. Okay, das ist egal. Das kostet ja nicht so viel. Also müsste ich dann... Ja, das ist ja auch blöd. Hier, hier... So. Oh, wir haben noch fünf Blöcke. Supi. Die können wir ja umschüsseln. Ähm... Normale. Ganz stinknormale Blöcke. Genau. So. Ja, wenn das dahinter nicht wäre, ne? Dann ging das sogar. Dann könnten wir hier versuchen, die Carpenter-Ottos ranzupacken. Ne, nicht da. Hier. Guck mal her. Dankeschön. Sei mal lieb jetzt zu mir. Ne, du sollst eigentlich nach unten. Hallo. Oh. Der ist jetzt ungünstig, Junge. Äh... Ne, das geht gar nicht, was ich mir da gedacht habe. Ah... Warte mal eben. Äh... So. Ja, das sieht natürlich blöd aus, wenn das da drin ist. Da hinten... Entschuldigung. Ähm... Das ist natürlich jetzt blöd, weil da hinten ist jetzt keine Wand. Ähm... Kann ich die jetzt da dran packen? Aber der geht nur nach oben, ne? Okay. Also müsste ich... Danke. Aber nach unten kann ich die nicht machen? Ich kann die nicht auf dem Boden machen. Das ist natürlich blöd. Kann ich die denn so machen? Ja, so geht. Aber das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte, dass da zu ist. Hm. Wie machen wir denn die anderen Teile? Äh... Pressure Plate, nicht Trapdoors. Das sind doch keine Trapdoors, oder? Hatch? Ist das eine Trapdoor? Äh... Gucken wir mal eben. Trap. Ja, wir leben in einem gelben Ubo da. Gelben Ubo da. Versuchen wir doch mal. Bad. Skyroot? Ach, von ETA. Ja, okay. Das kriegen wir jetzt nicht. Ähm... Was ist das? Fassade. Trapdoor. Ach, die mit ihren ganzen Fassaden hier immer. Nervt mich doch nicht. Habe ich jetzt noch Holz dabei? Have you holz with you? With thereby? Oui, oui. Je voudrais rire de la voûte. La voûte. La voûte? Non, non. Non, non la voûte. Non, non la voûte. Non, non. Oh. Ah, mach Kleiner. Oh. Oh, unser Kleiner hat kein Holz. Unser Kleiner hat kein Wut. No, unser Kleiner ist alter, ist nie Wut. So. So, nachdem wir noch was Schmutziges erzählt haben, machen wir jetzt mal eben die zwei Trapdoors. Jetzt gehen wir natürlich hier oben her, weil wir klug sind. Ich bin ja so klug, ne? Das glaubt ja kein Mensch. Genau. Ich würde sagen, wo wir eh schon hier rauf wandern, äh, Beetle. Den müssen wir noch benennen, Beetle. Genau. Oh, what's that? Können wir noch mal so weit schießen? Buff. Jawoll. Wow, der hing ja schief darunter. Oh, kann ich den nicht töten? Natürlich. Wow, Power 4 ist aber echt klasse. Ja gut, ihn kriege ich jetzt nicht so schnell. Doch. Zwei Schüsse ist okay. Ey. Du möchtest gern. Hardrocker. Bleib hier. Ich will schießen. Danke. Ja. Geht noch? Oh, drei Schüsse und dann ist er weg. Wow. Oh, das ist nicht so gut. Ja. Komm hier. Genau. Lauf in den Pfeil rein, du Hirsch. So, jetzt nehmen wir mir das Schwert, bevor wir jetzt hier. Oh, deswegen. Hallo. Hallo. Kann man eigentlich auf einem Creeper landen? Oh. Äh, ja. Ich beende jetzt die Folge. Okay, ich beende jetzt die Folge. Dankeschön. Ähm, eine Ratte hat mich getötet. Eine Ratte. Ich möchte es jetzt betonen. Eine Ratte hat mich getötet. Ich würde ja sagen, war es eine Sau, aber es war eine Ratte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Und für den Fall, dass es euch gefallen hat, morgen kommt eine neue. Und erlebe ich vielleicht auch wieder. Dankeschön. Tschüss. den Fall ist euch gefallen. Vielen Dank.